Was ist Louis Buñuel? Louis Buñuel ist jemand, von dem man sagen kann, nichts Filmisches ist ihm fremd. Wenn man sein Werk abbildet auf gängige Kategorien der Filmwissenschaft, zum Beispiel die berühmte Trias von First Cinema, Second Cinema und Third Cinema von Fernando Solanas und Octavio Argentino, formuliert in einem Aufsatz aus dem Jahr 1969. First Cinema ist in diesem Schema das Hollywood-Kino, Second Cinema das europäische Autorenkino, Third Cinema das militante Experimentalkino des globalen Südens. Wenn man sich dieses Schema anschaut und nach einem Regisseur sucht, der alle drei Abschnitte abdeckt, dann stösst man auf Louis Buñuel, der in Hollywood gearbeitet hat, in Hollywood gelernt hat, im globalen Süden, beziehungsweise im Bereich des Dersersine gearbeitet hat, der wichtige Beiträge zum europäischen Autorenfilm geleistet hat. Und in diesem Sinne ist Buñuel wirklich eine, wenn man so will, Weltkino-historische Figur, die im Grunde keinen Vergleich kennt. In der Filmwissenschaft ist das Danny Fairfax. Bei ihm ist es auch so, dass es kein Kino gibt, über das er nicht Bescheid weiss. Und was man wirklich nicht tun sollte, ist zu versuchen, ihn irgendwie filmhistorisch aufs Glatteis zu führen oder mit theoretischen Einsichten zu überraschen, die er noch nicht kennt. Das wird nicht gelingen. Aber der Vorteil davon ist, dass man immer aus jedem Gespräch mit ihm etwas lernen kann, was mein Vergnügen ist, nun seit mehreren Jahren an der Goethe-Universität, wo er als mein Kollege lehrt und forscht. Danny Fairfax wird heute Abend über Buñuel in Amerika sprechen, The Young One von 1960, ein Film aus einem amerikanischen Kontext, aber eben nicht die erste Berührung von Buñuel mit Hollywood, weil er auch gelernt hat in Amerika. Wir haben mehrfach schon gesprochen in dieser Reihe und werden es immer wieder tun, oder gesprochen darüber, dass Buñuel ein Regisseur ist, der sich auf einem außerordentlich hohen technischen, handwerklichen Niveau bewegt. Und das hat teilweise auch mit seinen Lehrjahren bei Paramount in den USA zu tun, aber ich höre jetzt auf und gebe einfach weiter an Danny, der uns diese biografische Weltkarte des Kinos, die das Werk von Buñuel darstellt, näher erläutern wird. Bitte sehr. Danke, Vincent, für diese Vorstellung. Hinsichtlich des Schlusses um 23 Uhr kann ich nur sagen, dass es gut ist, dass wir schon in dieser Lecture-Filmreihe Chantal Ackermann behandelt haben und vor allem Jean Dillmann, der neue Gewinner von letzten Zeit im Zernpoll, also zum besten Film der Kinogeschichte, weil der Film alleine mehr als drei Stunden dauert und wir hatten ein sehr langes Gespräch nach der Filmsichtung, glaube ich, also wenn ich mich richtig daran erinnere. Ja, und ja, also die drei Kinos, First Cinema, Second Cinema, Third Cinema, sind nicht nur in der Person von Louis Buñuel stellvertretend, sondern auch in diesem einzigen Film, The Young Man, ein Film, der für, also prinzipiell für einen amerikanischen Markt produziert wurde, von einem, also europäischen Autorenfirmemacher gedreht, aber in einer Filmindustrie der sogenannten dritten Welt, also in diesem Fall der mexikanischen Filmindustrie und mit ziemlich sparsamen Mitteln. Aber Buñuel in Amerika, ich kann das beschreiben mit diesem, also zusammen, also mit diesem kleinen Motto, zwei Aufenthalte, zwei Filme, also er hatte zwei ziemlich lange Aufenthalte in den USA, zuerst zwischen Oktober 1930 und Februar 1931 mit einer Art Residenz bei MGM, beim amerikanischen Filmstudio in Los Angeles und dann ein längerer Aufenthalte zwischen 1938 und 1946, wo er sowohl in Los Angeles als auch in New York gewohnt hat und in Buñuel's Werk, in Buñuel's Werk gibt es zwei englischsprachige Filme, Robinson Crusoe von 1954 und The Young Man von 1960. Wie ihr sehen werdet, gibt es keine Überschneidung zwischen den beiden, also zwischen den zwei Aufenthalten in den USA und zwischen den Jahren, in denen seine zwei englischsprachigen Filme gedreht wurden. In der Tat sind diese zwei Filme, Robinson Crusoe und The Young Man, mexikanische Produktionen, die völlig in Mexiko gedreht wurden und die von Luis Buñuel gedreht wurden ziemlich viele oder mindestens mehrere Jahre nach seinem eigenen Aufenthalte in den USA. Das heißt, für diese zwei Firmen hat er die USA behandelt oder mindestens in The Young Man hat er die USA behandelt, Robinson Crusoe nur indirekt, aber ohne die Firma dort eigentlich zu machen. Firma für ein amerikanisches Publikum, aber von der mexikanischen Filmindustrie. Ich werde aber meinen Vortrag anfangen mit einer kleinen Berichterstattung von seinen zwei Aufenthalten in den USA, vor allem, weil das sehr interessante Geschichten sind. Es gibt viele Legenden dazu, die Grenzen zwischen der Legende oder den vielen Legenden, die Luis Buñuel selber erzählt hat, zu seiner Zeit in Amerika sind also zahlreich und oft sehr lustig. Die Grenze zwischen der Realität und der Legende ist vielleicht sehr flüssig und oft sehr schwer zu bestimmen, also was eigentlich wirklich stattgefunden hat und was einfach Buñuel's eigene Fantasie darstellt. Aber man kann zu diesen Legenden sagen, mindestens mit dem italienischen Motto se non è vero e ben trovato, wenn es nicht richtig ist, wenn es nicht wahrhaft ist, ist es mindestens eine gute Erfindung. Ja, das heißt, es gibt zwei Arten, in Amerika zu sein, in Buñuel's Carriere, nämlich eine geografische, reale Art und eine künstlerische, imaginäre Art. Die erste seiner Aufenthalte, die zweite seiner Firma. Gut, sein erster Aufenthalt in den USA am Anfang der 30er Jahre kam kurz nach der Produktion von L'Age d'Or, also durch L'Age d'Or und seinen ersten Kurzfirmen, Sean Andalou, die zwei Firmen, die wir vor ein paar Wochen angeschaut haben, durch den Ruhm von diesen zwei Firmen bekam Buñuel das Angebot, bei MGM zu arbeiten. Und das Angebot war ziemlich merkwürdig, kann man sagen, aber fast ein Traum für einen Firmamacher. Also wenn ein heutiger Firmamacher so ein Angebot heute bekommen würde, wäre das also nicht nur unerhört, sondern eigentlich also etwas Ideales. Also das Angebot bestand darin, sechs Monate lang bei MGM zu bleiben, 250 Dollar pro Woche zu bekommen, was in den 30er Jahren ziemlich großzügig ist. und einfach nur, um die Firmtechnik bei den Studios zu lernen. Also es gab wirklich keinen Druck, etwas zu machen, zu produzieren, zu schreiben oder was auch immer. Einfach nur, also Firmtechnik ein bisschen zu lernen. Mindestens war es so dargestellt für Buñuel, hat dieses Angebot angenommen und verbrachte am Ende vier Monate bei MGM in Los Angeles. Er hat in den spanischen und französischen Abteilungen des Studios gearbeitet bei Produktionen für fremde Märkte. Und wir müssen den Kontext hierfür wissen, nämlich es war kurz nach der Einführung von Ton im Kino. Und es gab eine kleine, sagen wir, Zwischenperiode in der Geschichte des Tonfilms, wo die Synchronisierung noch nicht wirklich technisch möglich war und nicht, sagen wir, nicht die adoptierte Strategie des Studios war für den internationalen Markt. Stattdessen haben sie entschieden, sagen wir, multilinguale, mehrsprachige Fassungen von Filmen zu drehen. Oft mit, also mit den selben Sets, mit den selben Techniken, aber mit verschiedenen Darstellern. Also man hat dasselbe Drehbuch, selber Regisseur, man hat dann einen amerikanischen Cast und dann ersetzt man die Darsteller mit französischen Schauspielern oder spanischen Schauspielern, deutschen Schauspielern und so weiter. Das war ein früher Versuch des Studios, das Problem, das große Problem, das große ökonomische Problem des Tonfilms zu beseitigen, nämlich, was soll man tun mit den Fremdsprachen, mit den Märkten in den fremden Ländern. Auf jeden Fall. Und Buñuel, aus geburtiger spanischer Regisseur und dann aus jemandem, der in Frankreich gearbeitet hat, konnte dann in diesen zwei Abteilungen etwas tun. Nach seiner eigenen Berichterstattung aber hat er wirklich kaum gearbeitet während seines ersten Aufenthalts in den USA. Er kam nur wöchentlich ins Studio, um sein Gehalt abzuholen und dann hat er ziemlich schnell verschwunden und seine Abwesenheit in den Studios war gar nicht bemerkt. Also es war ziemlich, also nicht sehr fruchtbar, was Erfahrung in der Industrie betrifft. Er hat auch gesagt, dass er den Hayscode gelesen hat. Der Hayscode war diese Richtlinien für den thematischen Inhalt der Firma von Hollywood, die dann vorschreibt, was man behandeln kann und nicht kann und er war nur interessiert für Themen, die von diesem Code verboten waren. Es war schon etwas, also er hat schon eine gewisse Idee, dass er vielleicht nicht so geeignet für die Hollywood Filmindustrie war. Er hat aber Kenntnisse gemacht während seiner ersten Periode in Hollywood, vor allem Chaplin, hat er ziemlich gut kennengelernt und befreundet. Aber wichtig war der linke Produzent Frank Davis, der sehr wichtig für seinen zweiten Aufenthalt in Hollywood war. Nach vier Minuten war er entlassen oder hat er gekündigt. Vor allem weil dieser Ansatz mehrsprachige Fassungen für Firmen zu machen aufgegeben wurde und man hat stattdessen entschieden einfach Firmen zu synchronisieren in Fremdsprachen und die ganzen spanischen französischen deutschen Abteilungen waren einfach aufgelöst. und Buñuel also das hat ihn nicht wirklich enttäuscht er kehrt mit Freude nach Europa zurück. Also sein erster Aufenthalt in den USA ziemlich kurzfristig nur vier Monate und wie gesagt nicht sehr furchtbar was so eine tiefe Erkenntnis von Hollywood betrifft. Sein zweiter Aufenthalt vielleicht ein bisschen interessanter dieser kam nach seinem Engagement im spanischen Bürgerkrieg prinzipiell auf Seite der Partido Kommunista Español bei dem er ein Mitglied war mindestens in den 30er Jahren seine Gehörsamkeit der kommunistischen Bewegung war ziemlich diskret in seiner späteren Erzählung von seiner Karriere aber er hat eigentlich ziemlich lang militiert Partido Kommunista Español vor allem im Kontext des spanischen Bürgerkriegs hat Ende der 30er Jahre auch für Parhamans französische Filiale gearbeitet auch um Synchronisierungen von amerikanischen Firmen für den europäischen Markt zu machen seine Reise seine zweite Reise nach Amerika kam im September 1938 kurz nach der Sichtung von Blockade von William Dieterle ein Film der den Spanischen Bürgerkrieg behandelt aber in Buñuel nach Buñuel Meinung mindestens ziemlich schlecht behandelt was die Einzelheiten der spanischen Gesellschaft betrifft und mit der Unterstützung von Frank Davis diesen linken also kommunistischen Sympathisanten und Produzenten in Hollywood hat er die Rolle eines Beraters für Firma zum spanischen Bürgerkrieg angenommen ist dadurch ein zweites Mal nach Hollywood gekommen das aber nicht wirklich geglückt weil kurz nach seiner Ankunft in Los Angeles hat die MPPA also die Motion Picture Producers Association alle solche Projekte mit einer thematischen Verbindung mit dem spanischen Bürgerkrieg abgesagt vermutlich unter dem Druck der katholischen Kirche also die offensichtlich auf der Seite der Faschisten war und nicht auf der republikanischen Seite also das war zu sensibel als Thema für Hollywood in diesen Jahren und er müsste dann zurück nach New York kommen wo eigentlich eine Stelle bei MoMA findet das Museum von Art das vor kurzem eine Filmabteilung eingeführt hat dank Iris Barry also einer der großen Pionierinnen der Archivalen Praxis im Kino seine Arbeit bei MoMA bestand zuerst als Schneider von Triumph des Willens von Lenny Riefenstahl er musste also er wurde mindestens die Aufgabe gegeben den Film zu verkürzen um also Ausschnitte zu zeigen um zu also um zu zeigen wie Propaganda Firmen eigentlich effektiv sein könnten und dann für also Kriegswecke also mit dem kommenden Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg gab es dann ein ganzes Propagandaprogramm also zeigte Triumph des Willens um zu zeigen wie effektiv Nazi Propaganda sein konnte aber dann aus Gegenmaßnahmen wie effektiv antifaschistische Propaganda auch sein könnte das war ein Aspekt seiner Zeit bei MoMA seine kommunistische Vergangenheit in Spanien blieb eine Zeit lang ziemlich unbekannt aber diese wurde enthut mit der Veröffentlichung von Salvador Dali Autobiografie in Anführungszeichen The Secret Life of Salvador Dali der also sehr offen Bruno als nicht nur Kommunist sondern auch Atheist beschrieben hat und deswegen war seine also seine Stelle in MoMA ziemlich prekär und um MoMA zu schützen eigentlich kündigt er also damit MoMA nicht unter Verdacht von kommunistischen Tendenzen kommen würde also befand sich dann wieder in einer perkären Situation es gab eine weitere Rückkehr das ist 1943 passiert es gab dann eine weitere Rückkehr nach Hollywood wo er zwischen 1944 und 1946 geblieben ist wo er dann auch Arbeit bei Synchronisierungen gemacht hat und ein paar Projekte vorgeschlagen hat keine davon wurden aber also verweglich 1946 nach acht Jahren in den USA bei seinem zweiten Aufenthalt bekam er ähnliches Angebot La Casa de Bernardo Alba von Federico Garcia Locher in Paris zu verfirmen und er plant deshalb zurück nach Europa zu kommen der zweite Weltkrieg war vorbei der Faschismus wurde besiegt es war dann also sicherer für Buñuel also zurückzukommen zum alten Kontinent in seiner Reise zurück nach Paris hat er einen Zwischenstopp in Mexiko statt gemacht wo er ursprünglich geplant hatte eigentlich nur ein paar Tage zu bleiben aber es ist ausgerechnet dann dass das Projekt kollabiert und hat im Wesentlichen dann nie Mexiko Stadt wieder verlassen er blieb eigentlich bis zu seinem Tod Bewohner von Mexiko Stadt natürlich machte viele Reisen nach Europa nach Amerika aber Mexiko Stadt war am Ende seine Stadt und hat dann später eigentlich auch mexikanische Staatsbürgerschaft bekommen nahm eine Stelle bei einem mexikanischen Studio um Grand Casino zu machen sein erster mexikanische Film und zwischen Grand Casino und seinem also seinem Tod hat er eigentlich 20 Filme in Mexiko gemacht hauptsächlich zwischen Ende der 40er Jahre und Anfang der 60er Jahre die zwei Filme von denen ich gesprochen habe aus amerikanischen Filmen oder mindestens englischsprachigen Filmen wie gesagt waren Robinson Crusoe und The Young One beide waren eigentlich zusammenarbeiten mit zwei Leuten vor allem nämlich George Pepper Produzent und Hugo Butler Drehbuchautor und die beiden waren auf der Blacklist von Hollywood also wegen ihrer Mitgliedschaft der kommunistischen Partei konnten sie durften sie nicht mehr in Hollywood arbeiten und fand dann eine Zuflucht in der mexikanischen Filme wo sie trotzdem noch unter Pseudonymen arbeiten mussten also wenn man den Vorspann von Young One sieht dann sieht man diesen Namen nicht an den Pseudonymen Robinson Crusoe war ihr erstes Projekt mit Louis Buñuel Dan O'Hurley amerikanischer Schauspieler spielt in der Hauptrolle also in der Eponymen Hauptrolle Awesome Worlds war eigentlich eine frühe Idee von Produzenten von George Pepper aber Louis Buñuel hat ihn abgelehnt als zu dick für die Rolle was beständig ist Robinson Crusoe allein auf einer Insel kann nicht so korpulent wie Awesome Wells sein also es gab ganz praktische Gründe dafür Robinson Crusoe ist auch wichtig weil es der erste Farbfilm von Buñuel ist also hat früher nur schwarz-weiß-Filme gemacht später dann also wirklich sehr wunderbare Farbfilme gemacht also in den 60er und 70er Jahren Robinson Crusoe sein erster Versuch in diese Richtung Alex Phillips hat als Kameramann gearbeitet und eigentlich schreibt Buñuel selber der Farbästhetik der ziemlich hervorragenden Farbästhetik von Robinson Crusoe vor allem Alex Phillips zu und nicht also sich selbst also er sagt ah man spricht von der Buñuelchen Palette Farbpalette bei dem Film aber das ist eigentlich Alex Phillips Farbpalette ich hatte gar nichts mit der Farbe zu nehmen ich hatte überhaupt keine Idee was man mit Farbe mag im Kino der Film wurde auf der mexikanischen Westküste gedreht spürt natürlich auf einer entfernten Insel wenn man die Geschichte von Robinson Crusoe kennt also Robinson Crusoe nach einem Schiffswrack findet sich gestrandet auf einer Insel und muss dann ein autarkisches autarkisches Leben führen bis er einen einheimischen Bewohner der Insel trifft den er Friday nennt der Film wurde gemacht für den amerikanischen Markt also der Film wurde auf Englisch gedreht aber dann mit einer spanischen Synchronisierung und die spanische Stimme für die Hauptrolle war eigentlich von Claudio Brooks den wir in The Young One sehen werden kann sagen wenn man den Firmen anschaut dass es also eine der Firmen von Buñuel mexikanischen Periode die ziemlich wenig Buñuel sind das ist eine ziemlich sagen wir direkte Verfilmung des Romans es gibt gewisse Ausnahmen wo man sagen könnte ah ok hier gibt es den Effekt von Buñuel ein paar Traumsequenzen oder kontrapunktalische Momente aber das sind sehr subtile Momente im Film kann auch zeigen es wäre nicht amerikanisch es ist ein Film für den amerikanischen Markt aber der Inhalt des Films hat wirklich gar nichts mit Amerika zu tun oder nur indirekt aus also man kann sagen das ist eine Art Allegorie für Amerika aber auf jeden Fall ist Robinson Crusoe selber ein Briter Daniel Defoe der Autor vom Roman war Briter und er findet sich auf einer entfernten Insel die in den Tropen liegt irgendwo also das ist Robinson Crusoe 1954 und sechs Jahre später erst kam der Youngman sein zweiter Besuch einen englischsprachigen Film zu machen und Israel mit einem deutlichen amerikanischen Inhalt wie gesagt ein zweites Projekt mit Pepper und Butler Pepper als Produzent Butler als Drehbuch Autor Interessanterweise wurde der Film inspiriert mindestens von der Kurzgeschichte Traveling Man von Peter Matteson Matteson ist ein interessanter Figur in der kulturellen Geschichte der Nachkriegszeit weil er nicht nur Mitbegruder von der Paris Review war sondern auch Spioner für die CIA Central Intelligence Agency das ist dann 40-50 Jahre später enthüllt und Paris Review war eine Art Cover Story für ihn also solche Milieus zu infiltrieren Buñuel hat das natürlich nicht gewusst damals dieser Film spielt auf also es gibt ein paar Parallelen mit Robinson Crusoe war dieser Film auch auf einer fast unbevölkerten Insel spielt dieses Mal vor der Küste von Süd-Carolina und eigentlich nicht so weit entfernt vom Kontinent wie die Insel von Robinson Crusoe aber wie Robinson Crusoe war der Film eigentlich in Mexiko gedreht in Mexiko Stadt für die Innenaufnahmen und dann in Acapulco für die Außenaufnahmen 1960 ist der amerikanische Süden natürlich noch unter dem Jim Crow System also es war vor dem Civil Rights Act von 1964 Das heißt es gibt noch ein sehr strenges System von Segregation von Rassenmischungsgesetzen Spanische sicher von der Übersetzung von Anti-Mishegenation Rassentrennung okay Anti-Mishegenation laws auf Englisch auf jeden Fall Genau oder sexuelle Verhältnisse von jeder Art und das war eigentlich auch eine Zeit wo es zahlreiche Lynchings gab und die Lynchings das war eine Art Terrorismus eine Weise die schwarze Bevölkerung im Süden zu terrorisieren um sie zu kontrollieren Natürlich war Rassismus wahrscheinlich das ultimative Tabu im Selbstzensursystem von Hollywood also es war nur sehr selten behandelt es gab eine Art metaphysische Segregation oder Rassentrennung auf der Leinwand in Hollywood schwarze und weiße Bewohner ganz andere Universen im klassischen Hollywood kleinen Ausnahme von kleinen Rollen für schwarze Darsteller wie Dienstmädchen oder Schuhputzer aber es gab auch hin und zu Filme mit all black cars also wo all die Darsteller schwarz waren Filme wie halleluja cabin in the sky carmen jones aber es war als ob sie nicht dieselbe leinwand bewohnen dürften also ihre weiße äh 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 in cabin in the sky eigentlich von vincent de minelli von 1943 ist das so extrem äh dass auch der himmel nur von schwarzen äh 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 bewohnt ist also wirklich auf metaphysischem Niveau gab es nicht nur äh verschiedene ähm bereiche auf der Erde für schwarze Bevölkerung und äh die weiße Bevölkerung sondern auch äh auch im Himmel auch im Paradies es gibt ein schwarzes Paradies und ein weißes Paradies ähm sexuelle Verhältnisse zwischen Schwarzen und Weißen waren auch absolut verboten äh unter dem Hays Code äh es gab ein paar Ausnahmen wo äh race aus Thema äh also äh äh ziemlich kritisch äh behandelt wurden äh ich denke an Filmen wie Pinky von Elia Kazan 1949 und Imitation of Life von Douglas Zerg 1944 es gab auch eine frühere ähm Version von Imitation of Life schon in den 30er äh Jahren äh aber sie waren wirklich äh Ausnahmen Imitation of Life von Zerg würde ich beschreiben also der erste Schritt äh Rassismus wirklich äh stark zu konfrontieren äh innerhalb Hollywood äh Pinky war eine Art ähm äh unabhängige Produktion äh von Elia Kazan der damals mindestens noch äh sehr links war äh äh und Lynchings als Themen waren nur indirekt behandelt äh in Hollywood Filmen äh das große Beispiel ist wahrscheinlich Fury von Fritz Lang 1935 aber es war dann auch nötig dass der Opfer des Lynchings äh in dem Film kein schwarzer Mann sondern ein weißer Mann ist natürlich war der Kontext dass also diese Lynchings ähm äh also in ihrer großen überwiegenden Mehrheit äh schwarze Männer als Opfer hatten äh aber das konnte man nicht direkt sagen äh in Hollywood äh es gab aber mehr Möglichkeiten mehr Freiheiten in der mexikanischen äh Filmindustrie äh solche Themen äh zu behandeln und das das konnte äh Buñuel äh mit The Young One äh machen äh die Handlung des Films würde ich äh kurz zusammenfassen ähm die zentrale Figur ist Trevor ein schwarzer äh Jazzmusiker vom Norden also wo die ähm Gesetze äh zu Race äh weniger streng sind das bedeutet aber nicht dass es keinen Rassismus im Norden gab natürlich nicht ähm aber im Süden äh herrscht ein ganz äh also ein viel strengeres System äh Trevor findet sich flüchtig nachdem eine weiße Frau äh in einer südlichen Stadt also macht Besuch in einer südlichen Stadt um Musik zu spielen äh und eine weiße Frau äh klagt ihn wegen Vergewaltigen an und eine Art Lynch-Mob äh bildet sich um ihn äh anzugreifen äh er flieht äh im Boot äh zu einer Insel äh die eigentlich ein Jagdgatter ist äh aber jetzt in der Wintersaison also es ist nicht äh also aktiv als Jagdgatter äh äh und dort leben eigentlich nur äh ein paar äh Leute in sehr rustikalischen Hütten äh vor allem die Werte Miller und Peewee äh und Peewees 14-jähriger Enkeltochter Evelyn oder Evie wie sie äh heißt äh schon am Anfang äh des Films stirbt aber Peewee und das heißt also es gibt wirklich äh jetzt nur Miller und Evie äh die äh die Insel bewohnt und äh sehr früh im Film eigentlich lässt Miller seine Begierde für Evie nicht mehr widerstehen äh trotz ihrem frühpubertären Status und ihrer eigenen Widerwilligkeit also sie widersteht äh seine äh also seine äh Versuche ähm sie zu ähm ja äh also Vergewaltigen kann man eigentlich sagen in diesem Kontext ähm aber versucht das immer wieder im Laufe des Films äh Millers Pläne äh sind aber durch die überraschende Entdeckung von Trevor äh unterbrochen äh äh und Miller selber schwankt äh zwischen Verdagt also vor allem aus rassistischen Gründen er ist äh rassistisch aber äh nicht also nicht so rassistisch wie vielleicht andere Figuren im Film äh und eine gewisse Toleranz oder Akzeptanz äh von Trevor äh eine zärtliche Beziehung wächst auch zwischen Evi und Trevor äh und äh man kann äh also während wir den Film anschauen äh sich fragen mindestens ob das auch sexuelle Natur ist äh also ich glaube Bunyor sagt das nicht äh explizit äh aber ich glaube das ist vielleicht ein gutes Diskussionsthema für nachher wenn wir Zeit haben hoffentlich haben wir Zeit dafür ähm äh 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 überzeugter Rassist ist äh und dem Fahrer äh Fleetwood der für ähm äh 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 Mitleid für ähm ähm äh 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 ein Engel äh äh für Toleranz äh steht äh Trevor Fleet ein zweites Mal ähm ähm als er weiß dass äh dass Jackson ihn sucht äh und er wird dann von Miller und Jackson gejagt und wirklich gejagt das ist aus seiner Jagd äh dargestellt im Film äh die zwei sind ziemlich begeistert das äh machen zu können ähm ähm man kann sagen also der Fahrer äh Fleetwood äh versucht diese äh ähm diese diese Jagd äh zu verhindern aber sehr unwirksam äh das ist vielleicht die Kritik äh von Buñuel es ist eine subtilere Kritik an der Religion äh aus in vielen anderen Buñuel-Filmen aber ich glaube es ist immer noch da äh es gibt auch gewisse Momente wo äh der Fahrer äh selber äh ziemlich diskriminierend ist es gibt einen Moment vor allem in den Film wo äh ähm die die Matratze äh äh von äh Trevor äh umdreht äh damit er äh draufschlafen äh kann äh also dreckig ist nachdem ein Schwarzer Mann äh drauf geschlafen hat äh also es gibt kleine Momente äh wie das äh äh im Film ähm ähm etwas zum äh Casting des Films äh sagen Trevor wurde ähm von ähm warte warte äh Trevor wurde von äh Schauspieler Bernie Hamilton äh gespielt äh ziemlich wenig bekannt ähm hat äh krioseweise spielte äh die Figur Captain Derby in der äh Fernsehserie Starsky and Hutch gespielt also in den 70er Jahren hat er einen gewissen äh Ruhm im Fernsehen ähm Zachary Scott viel berühmter äh spielt ähm Miller ähm ähm und ähm also der der hat der war ein ziemlich großer Star in Hollywood schon ähm ich glaube seine Präsenz im Film betont äh einen besonderen Aspekt oder eine ähm ähm Verwandtschaft mit einem anderen Film nämlich Der Savanna von Jean Renoir äh wo er auch die Hauptrolle äh spielt äh und äh die zwei Filme haben gewisse thematische und natürlich auch geografische äh Parallelen die spielen beide äh im Süden äh es ist auch ähm äh zu bemerken dass äh äh der Drehbuchautor von den äh zwei Filmen äh dasselbe war diese ähm äh George Butler äh also es ist kein ups die Parallelen zwischen ich gehe in die falsche Richtung es tut mir leid äh die Parallelen zwischen den zwei Filmen der Savanna und The Young One äh sind eigentlich nicht zufällig äh es gibt gute Gründe äh dafür ähm gewisse Kritiker äh sagen eigentlich dass äh The Young One viel authentischer ist als eine Darstellung vom Süden äh als äh 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 The Savanna äh trotz der Tatsache dass der ganze Film äh in Mexiko gedreht wurde äh während The Savanna im Hollywood äh in den Studios aber in Amerika ähm gefilmt wurde äh 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 die Figur von äh Evie wurde von Kay Milsmann äh gespielt total unbekannter äh äh Laiendarstellerin äh und äh Buñuel hatte eigentlich erhebliche Probleme mit ihrem Spiel also konnte äh sie konnte äh wirklich nicht spielen äh sie konnte also ihren Text nicht äh äh aussprechen äh das hat den Dreh äh ziemlich erheblich ähm ähm äh belästigt äh aber ich finde eigentlich ihre Präsenz auf der Leinwand äh sehr ähm sehr stark äh sie hat eine gewisse Wildheit eigentlich also total äh der der realen Situation der Darstellerin ähm entspricht also eine äh ähm professionelle Schalspielerin konnte wahrscheinlich äh diese diese Screen Präsenz äh nicht verkörpern wie äh King Meersman äh getan hat äh sie hat aber auch äh also in keinen weiteren äh Filmen äh gespielt äh und dann äh der Pfarrer äh Fleetwood wurde von Claudio Brooks ähm gespielt der einzige äh Nicht-Amerikaner im im Cast ähm und also ich hab gesagt er hat die spanische Stimme von Robinson Crusoe äh gemacht in der Synchronisierung äh des Films ähm aber wir sehen ihn eigentlich in vielen Buñuel-Filmen äh spielt auch in äh also vielen späteren äh Buñuel-Filmen sogar in Simon del Desierto äh Simon in der Wüste ein Film den wir äh später äh anschauen werden also es nur ein paar ähm ein bisschen Informationen äh zu den Schalspielen ähm ähm ja also trotz der Tatsache dass dieses Projekt äh total außerhalb der USA realisiert wurde ist es laut Jonathan Rosenbaum one of the most authentic and pungent of all the films set in the äh American South ich werde es beschreiben als ein fast entomologischer Blick auf die amerikanische Gesellschaft in dem Sinne eigentlich hat es äh interessante Parallelen mit Kafka's Amerika-Roman auch also der Blick eines Außenseites äh auf diese diese fremde Welt äh von Amerika äh es gibt auch im Film eine gewisse Verweigerung äh manikäisch zu sein äh also Trevor ist kein Engel äh obwohl er die Rolle des Opfers äh hat und äh es gibt sogar ein gewisses Beständnis mindestens ein leichtes Beständnis äh für die rassistischen Figuren äh in den Filmen äh vor allem also Jackson der der Erzrassist äh im Film hat mindestens äh also ich würde nicht sagen dass das gerechtfertigt seinen äh Rassismus aber Bunuel gibt ihm äh die Stimme äh mindestens äh seinen Rassismus äh zu erklären äh äh Bunuel vermutet dass es äh also dass dieser Nicht-Manarcheismus äh der Grund also der Hauptgrund für die lauwarme Rezeption äh für den Film in den USA war ähm ich kann äh auch sagen dass der Film eher äh also nicht wie ein also wie unser klassisches Klischee von einem Bunuel-Film ähm wirkt und mehr wie der Film eines Hollywood-Dissidenten wie Joseph Losey Abraham Polonski oder Doughton Trumbo äh spielt also es es spielt wirklich in dieser Tradition äh Trotzdem gibt es äh natürlich äh ein paar Bunuel äh Touches während des Films äh also ich habe schon die Kritik an der Religion erwähnt aber ich denke vor allem an die äh Präsenz von Tieren äh in den Filmen ich würde nichts mehr als das äh sagen weil ich 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 will dass ihr das äh selber erfahrt äh was die Tiere äh äh im Film äh betrifft äh äh will nicht mehr zu viel äh 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 zum Film äh also wir können den Film zusammen anschauen natürlich und dann äh im Nachhinein äh zusammen äh besprechen äh aber ein paar äh Worte zu Bunuel in Amerika nach The Young One äh hat keine spätere Rückkehr nach Hollywood äh gemacht äh aber es gab eigentlich saurreiche unrealisierte Projekte äh die für die amerikanischen Filmindustrie gedockt war The Loved One eine Verfilmung von Evelyn Moore äh sehr interessanterweise er wollte Lord of the Flies äh auch verfilmen das wäre eine das wäre ein sehr interessanter Film gewesen äh aber leider gab es ihn nicht ähm hat auch also was ähm realisierte Projekte betrifft hat er auch ein bisschen äh mitgemacht bei äh Johnny Geddes Gun von Downton Trumber also hat ähm beigetragen äh zum Drehbuch äh und dann hat er eigentlich mehrere Besuche gemacht vor allem in den 70er Jahren eigentlich als er dann diese Anerkennung äh bekommt äh bekommen hat also der große Autor der große ähm Künstler äh Louis Bunyer es gab ein paar äh Reunions äh von den alten äh Klassiken äh von Hollywood er hat sogar äh dann Fritz Lang äh endlich getroffen also sein Held Fritz Lang äh äh bekam sogar ein ähm ähm Autogramm von äh von Fritz Lang ähm äh also es war schon äh Mitte der 70er Jahre als er selber sehr viel Ruhm hatte aber das war äh Fritz Lang blieb äh trotzdem sein Held äh wurde sogar vorgeschlagen äh in eine Cameo Rolle für Annie Hall die ähm am Ende von Marshall McLuhan äh besetzt wurde äh wir erinnern uns daran äh aus Woody Allen äh also in der Schlange steht für einen Film äh und ein Tupfer ihm sagt etwas äh also sehr pompöses äh zu äh zu Fellini und zu Marshall McLuhan und Hollywood und äh Woody äh Allen sagt am Ende äh guck mal ich hab Marshall McLuhan hier für dich Marshall McLuhan kommt äh von hinter einer Kulisse und sagt äh du verstehst gar nicht was ich geschrieben hab äh zu diesem anderen Tup äh und die ursprüngliche Idee von Woody Allen war eigentlich Louis Bunuel äh in dieser Rolle zu haben also jemand der etwas zu Bunuel's neuen Film sagt äh Louis Bunuel könnte dann sagen ja du verstehst meinen Film gar nicht äh es war eigentlich in den 70er Jahren als äh also ähm eine große Reputation in Amerika bekommen hat und äh äh das ist äh wahrscheinlich äh das hat wahrscheinlich äh kombiniert in seinem Oscar für Best Foreign Language Picture äh im Jahre 1973 für die diskrete Schama der Bourgeoisie äh er war nicht anwesend für die Preisverleihung leider aber ich denke trotzdem äh dass die Zeremonie äh sehr interessant ist also ich würde äh eine Minute äh von der äh Oscar Zeremonie von 1973 aus äh die diskrete Schama der Bourgeoisie äh den Oscar gewinnt äh zeigen äh also ich hoffe das klappt äh aber das hat auch äh äh gewissen äh eine gewisse Bunuel-leske Auswirkung das war's äh äh eine eine ziemlich surreale äh Episode an sich äh und der Mann eigentlich äh den Preis der den Preis eigentlich bekannt gemacht hat war ähm Jack Valenti der Patron der Hollywood Filmindustrie also der Boss der Merchant Picture Productions äh Producers Association äh also das war auch ein sehr interessanter Touch äh aber das war alles was ich sagen wollte wir können eine zehnminütige Pause äh machen und dann den Film anschauen und nachher diskutieren Du hast von den Tieren gesprochen eines der berühmtesten Bücher von Peter Mathieson handelt vom weißen Hai okay das er dann später geschrieben hat in den 70er Jahren gewissermaßen eine Apologie des weißen Hais bevor äh Steven Spielberg seinen Film gemacht hat ähm und auch da kann man sagen der geht geht dann gewissermaßen gegen den kulturellen Mainstream ähm aber es ist es ist ein Film der sehr stark äh wie du es gesagt hast über die Tiere erzählt wird und ähm man hat es ja auch äh gleich schon gehört an der Reaktion des Publikums beim ersten Auftritt eines Tiers beim ähm beim Hasen ähm also es steht hier im Abspann auf jeden Fall nicht no animals were hurt during the shooting of this film ähm ja sowas zu den Tieren bei Bunyua heißt es immer animals were hurt during the filming ähm ähm tote Esel das Gegenteil das Gegenteil eigentlich ne ich finde also die Tiere die Präsenz der Tiere ich ich frage mich ob das schon im Drehbuch war und ich vermute eigentlich nicht also ich hab das Drehbuch nicht also das ursprüngliche Drehbuch nicht gelesen aber das scheint mir wirklich der große Beitrag von Louis Bunyua äh zum Inhalt des Films äh zu sein äh zu sein und das verbindet der Film mit äh dem Rest seines Oeuvres würde ich auch sagen äh vor allem also es gibt zwei große Momente es gibt natürlich das Erschießen des Hasens aber es gibt zwei große Momente der Dachs der die Hühner frisst ähm es ist ein it's a raccoon ähm ich hab gelesen dass es ein Dachs ist ähm es ist ein Wachsbär es ist ein Wachsbär ich dachte ich dachte ich dachte am Anfang das war auch kein Wachsbär aber also Bunyua sagt selber dass es ein Dachs ist ein nordamerikanischer Dachs ähm also known as a raccoon egal äh die tiefen Wachsbärder ich hab ich hab ich weiß du bist aus Australien aber das ist definitiv ein Wachsbär okay Bunyua denkt dass das ein Dachs ist auf jeden Fall ja der ist aus Spanien äh äh kennt sich nicht aus ähm gut äh aber es gibt äh ständig eigentlich bei Bunyua Koppelungen von äh sagen wir tierischem Fressen und äh äh ähm sexuellem Verkehr und das sieht man hier ähm also das ist eine wichtige Szene mit einer also 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 sehr starken Brutalität äh also sehr grafisch gezeigt und dann die andere wichtige Szene für mich ist eigentlich der Moment wo Evie auf die Spinne treibt äh also gar nicht so entschuldig ist vielleicht also es ist die sie hat also es gibt auch grausame Taten von ihr also sie sieht kein Problem damit einfach also sehr absichtlich auf diese Spinne äh zu treten äh und sie lebt die die Bewohner diese Insel leben in einer Welt wo man eigentlich sagen wir tierisch mit den Tieren sein muss äh also sie sie leben fast in einer äh aber sie ist ja auch kompetent im Umgang mit Tieren sie ist ja die Imkerin sie kann mit den Bienen umgehen sie kann den Honig ernten und und die das ist ja keine harmlose Spinne also natürlich das ist ein Trantler sogar glaube ich ja also sie wird sie äh ja okay sie weiß dass sie das machen muss was eigentlich als Selbstschutz aber sie hat auch keine ähm äh kein Gewissen das das zu machen ja aber es ist fast automatisch sie ist eine sie ist ja sie kann ja nicht lesen und schreiben und ist da gewissermaßen als äh wildes Kind aufgewachsen und äh und lebt da auch verbunden mit den Tieren mich hat natürlich besonders das re-irritiert ähm also es ungefähr beim dritten Mal denke ich dann wer füttert das Tier eigentlich nicht also das ist ja da festgebunden und schaut immer so unschuldig aus der Wäsche aber irgendwie scheint niemand sich wirklich um das arme Tier zu kümmern es ist aber immer da und ähm du hast das ist auch also das ist auch eine starke Symbolik würde ich sagen also das Reh also das ist auch was wäre deine Liesart ich habe auch eine was ist deine ähm die ähm es gibt eine tier symbolische Liesart wo das Reh das Böse davon trägt ähm und du hast ja Douglas Sirk erwähnt und Imitation of Life einer der ersten Filme Mainstream Hollywood Filme die er über Rassentrennungsproblematik offen spricht also mit der Geschichte mit der äh schwarzen äh Hausangestellten deren Tochter als weiss durchgeht und äh die Tochter fliegt dann aber auf weil die Mutter sie mal auf dem Schulhof besucht und es geht eigentlich immer um die Tragödie des Passing als White um dann eben doch aus schwarz eingestuft äh ähm das ist Sirks letzter Film in Hollywood und einer der vorletzten war All That Heaven Allows ähm wo die äh Lana ne ist es nicht Lana Turner doch ist auch Lana Turner äh nein das ist I'm Bancroft ne 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 es ist Lana Turner ein Verhältnis hat mit ihrem Gärtner und äh der Gärtner ist Rock Hudson ja und äh der Gärtner stirbt dann am Ende fast aber er überlebt und dann gibt es diese äh Szene wo sie sich versöhnen im Atelier in seiner Wohnung und da steht auch ein Reh draussen und schaut so zum Fenster rein und läuft dann davon und äh das wurde immer gelesen als gewissermaßen die ultimative äh Kitsch Szene in Zirks ambivalenten Melodramen der 50er Jahre ähm aber das ist Zirk als Schüler von Erwin Parnowski natürlich äh gut ausgebildet in in der Geschichte der europäischen Tier Symbolik wusste genau was er tat das ist das das ist das Tier das das Böse davon trägt und das Reh geht dann auch und ob also ich meine bei Bündnüel muss man immer damit rechnen dass er das alles auch weiss vielleicht hat er auch Zirks Filme gesehen auch das äh ist denkbar äh ist es auch denkbar dass sie äh sich getroffen haben eigentlich in diesem äh diese Exilkolonie in Hollywood so ich weiss nicht wann genau Zirk äh in den USA der USA eingewandert ist Zirk aber es geht äh 37 in den USA und dann haben sie sich sicherlich kennengelernt wahrscheinlich getroffen ja genau die haben sich wahrscheinlich getroffen ähm und hier kommt das das Reh kommt ja nicht weg und irgendwann taucht es dann nicht mehr auf äh und am Ende ist das ja eine eine Vergebungsgeschichte also der äh der äh Miller löst seine Schuld indem er dem Schwarzen sein Leben und seine Freiheit gibt und da kommt das Reh dann davon wenn man so will aber äh aber es ist schon richtig also es wird sehr stark über ein Bestiarium erzählt was da passiert ja ja das äh erinnert mich auch daran dass also ganz am Anfang des Films äh Evi äh Miller einen Apfel gibt und Miller beißt in den Apfel ein und das ist auch also ein Zeichen des Bösen der Versuchung und so weiter von der Bibel äh aber er kauft ihn ja bitte greifen Sie ein ja aber der Ablauf ist nicht einfach ich frage hallo ja okay alles klar ähm nee aber da irrst du dich Daniel also der der Ablauf in dem Film ist so dass äh er äh Miller sagt äh zu Evi okay mach dich mal sauber und so weiter und so fort so äh er beißt in den Apfel erst dann nachdem er erkannt hat dass das eigentlich äh attraktives junges Mädchen ist ja dann ist es sozusagen der Male Gaze woher hat er nur glanz erzieht ja das ist der Unterschied er erkennt sie auf einmal als Objekt dann beißt er in den Apfel hinein ja so und das ist natürlich der Gegenpol zur biblischen Geschichte ich würde ich würde überhaupt nicht sagen dass das die Ursache ist irgendwie äh von seiner Begierde äh dass das also ähm kausal ist und ich würde eigentlich vermuten ähm dass seine Begierde für Evi also seit langem besteht eigentlich ähm und er äh wartet bis sie ähm irgendwie ähm ähm also akzeptabel ist ähm nein 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 das ist das ist seine Legitimation gegenüber dem Priester aber vorher guckte er sie ja gar nicht an sozusagen das ist ja genau die Differenz die stattfindet ähm das wird ja genauso inszeniert dass der Gaze erst stattfindet vorher war es der Glanz es gibt ja noch einen weiteren Hinweis äh den ich auch noch bringen will warum das eine Anti-Bibel-Geschichte ist die wir gesehen haben also Adam und Eva ist die Geschichte in in einem Paradies was wir hier sehen ist der Dschungel das ist eine Gegenerzählung zum Paradies und das ist ja nicht nur ein Bestiarium sozusagen sondern dort herrschen andere Gesetze und dann gibt natürlich die ganze Diskussion dazu hin zu sich zu sagen was ist eigentlich der Naturzustand des Menschen wie gehen wie gehen Menschen miteinander um und so weiter und in der Hinsicht könnte man sagen ist der Film natürlich in gewisser Hinsicht wahnsinnig konservativ beziehungsweise auch ökonomisch gedacht typisch amerikanisch gedacht it's a deal ja also jeder betrügt jeden sozusagen oder erpresst jeden und nur so funktioniert die Gesellschaft nur über Gewalt also es geht nicht über den Konsens in irgendeiner Form oder sowas ja und das Mädchen spielt ja gar keine in dem Sinne Rolle ja die hat ja keine Stimme sie kann ja gar nichts vertreten sie ist auch noch kein Erwachsene sie ist ein Objekt des Handels eigentlich auch also das das Wort deal ist perfekt hier also am Ende des Films gibt es einen großen Deal zwischen dem Fahrer und Miller und er sagt also gib mir das Mädchen und ich gebe dir Trevor den Schwarzen das ist eine Art also das ist ein Handel eigentlich aber zum zum Gaze oder zum Blick würde ich auch ein paar Momente unterstreichen wo Evie eigentlich direkt in die Kamera blickt und ich finde sie auch sehr starke Momente im Film sie erinnert mich ein bisschen an Sommer mit Monika von Ingmar Bergmann an wo die die weibliche Figur direkt in die Kamera anschaut und was uns anklagt von unserer Komplizität mit ihren Taten also ich fand das auch sehr starke Momente im Film es gibt auch so ihren Blick der irgendwie aktiv ist im Film aber gleichzeitig gibt es viele Momente gab es in dem Film viele Momente wo ich dachte interessant dass er jetzt sich auf die beiden weissen Männer konzentriert die über das Leben des Schwarzen verhandeln oder über die junge Frau und wir sehen keine Reaction Shots oder es wird auch nicht perspektiviert aus deren Perspektive man hätte das in gewissen Szenen sehr viel stärker als das Drama des Erleidens der Situation sowohl des Schwarzen wie des Mädchens erzählen können und stattdessen haben wir Two Shots also neutrale Kamerapositionen wo die beiden moralisch problematischen weissen Männer gewissmassen ausgestellt und beobachtet werden also ich das ist schon ein ziemlich komplexes Blickregime und eine ziemlich komplexe Konstruktion oder eine ziemlich komplexe Konstruktion der Subjektivitäten die da eine Rolle spielen und ich wäre auch einverstanden dass die also dass er sie eigentlich vorher gar nicht sieht solange sie gewissmassen im Bankkreis ihres Grossvaters sich bewegt und wir lernen ja durch Andeutungen dass das auch ein Abusive Relationship war also der Grossvater hat sie geschlagen oder er hat sie jetzt nicht sexuell missbraucht aber er hat sie als gewissermaßen Hausklarfin eingesetzt und gleichzeitig ist sie eine die sich kompetent in diesem Dschungel bewegt und mit diesen Tieren umgehen kann und da gibt es schon den Moment wo Miller ihr sagt so mach dich mal frisch und dann sieht er sie als Frau und beginnt ein Begehren zu entwickeln dem sie natürlich nicht gewachsen ist weil sie selbst noch nicht an dem Punkt ist ich bin nicht so sicher ob ich mit der Deal-Lesart einverstanden bin es gibt einen Punkt oder eine Dimension in der ich sagen würde das ist eine sehr konventionelle Erzählung von einem weissen liberalen Autor geschrieben in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung insofern es sich am Ende um ein White Savior Narrative handelt also der Pfarrer kommt am Anfang rein ist am Anfang eine relativ kraftlose Figur aber er mit seinem Argument und gewissermaßen mit seinem biblischen Verständnis von Sünde das ja auch gegen sagen wir mal die psychologischen und psychoanalytischen Rechtfertigungen von moralisch problematischem Verhalten der Zeit gerichtet ist das ist gewissermaßen ein antipsychoanalytischer Film wenn man so will weil der Pfarrer ja dann sagt ich glaube nicht an diese Erklärungen die das böse Rechtfertigen in dem man sagt er wurde halt das Kind schlecht behandelt das geht nicht sondern es gibt Schuld es gibt Sünde und es muss Busse geben und sonst gibt es keine Vergebung also er kommt dann mit den biblischen Begriffen und mit diesen Konzepten dringt er zu Miller durch also Miller selbst versucht sozusagen ich komme aus einfachen Verhältnissen und so und in dem Moment in der Pfarrer sagt das ist mir scheissegal es gibt Sünde es gibt Busse und erst dann gibt es Vergebung und ein psychologischer Kram interessiert mich überhaupt nicht da ist eine Auflösung der Geschichte möglich und da kann man sagen okay gut da wird die christliche Logik der Sünde in ihr Recht gesetzt aber gleichzeitig ist es eben ein klassisches wie das in der neuen kritischen Literatur heisst klassisches White Saver Narrative es braucht den integren gebildeten Weissen der intellektuell und moralisch klarer ist als alle anderen um den Schwarzen vor dem Tod zu bewahren oder vor diesem Unrecht zu bewahren und da bin ich nicht so ganz sicher ob das wirklich eine ökonomisch transaktionale Geschichte ist aber ein Paradies ist es nicht das ist schon so nochmal ganz kurz aber sachlich ist es doch so in dem Film wird das ja so gesagt ich bringe dich vor Gericht sozusagen ich zeige dich an ich meine wenn das keine Erpressung ist dann weiß ich nicht also das ist doch klar es ist doch keine argumentative Überzeugung und was auch gegen deine These spricht ist ganz einfach dass Miller gar nicht an die Bibel glaubt er lehnt das am Anfang ab irgendwas aus der Bibel zu zitieren er legt das weg er lässt sich das ab zu vorlesen also ich glaube nicht dass es stimmt dass er überzeugt wird von irgendwelchen christlichen argumenten was nichts daran ändert dass die These white savior irgendwie natürlich doch durchscheint im Sinne auch von der Titelmusik cinnamon und so weiter und so fort wir sind alle alle sünder also ist in dem film in dem film sozusagen ganz gegen bonuel das musste so dem wahrscheinlich reingedrückt sozusagen diese christliche aspekt drin ja den brauchst du ja auch sozusagen um den natur zustand davon weg zu kommen in der christlichen narration läuft das ja genauso wenn man natürlich nicole wenn ich noch kurz was sagen darf das ist eine erzählung die steht vor dem hintergrund einer gewissen kenntnis des publikums dessen was rechtspraxis im amerikanischen süden zu dem zeitpunkt ist und das versprechen des pfarrers als zeuge aufzutreten und die drohung an miller das zu tun ist vollkommen wertlos das setzt voraus dass es einen fairen prozess geben würde das setzt voraus er wird gelinscht und setzt voraus dass er überhaupt lebendig an den punkt kommt wo er seinen prozess geben kann und das ist zu keiner Zeit garantiert an diesem punkt und vor allem der andere typ der mit dem boot weg fährt der würde ihn ja gleich auf der stelle umbringen das ist selbst justiz und diese also in diesem sinne kann man auch sagen diese drohung als zeuge aufzutreten in einem gerichtsverfahren ist wirkungslos der packt ihn schon beim gewissen und natürlich ist das ein deal nicht also er sagt du gibst mir das leben oder du kannst dich erlösen von der sünde des missbrauchs indem du dem schwarzen man das leben schenkst Nicole bitte es kann sein dass ich das nicht richtig verstanden habe auch weil ich teilweise diesen amerikanischen akzent nicht immer nachvollziehen konnte aber gibt es nicht so eine Szene wo Miller zu dem Pfarrer sagt und was ist wenn ich die kleine heirate dann bin ich doch wieder in der Ordnung und alles ist gut und insofern verstehe ich schon auch diesen deal sehr stark weil ich habe so verstanden dass die Abmachung mit dem Pfarrer die ist ich heirate die kleine natürlich unter Voraussetzung dass dieses Mädchens der Young One ist schon das Mädchen oder und insofern ist das Reh und nicht das Rekon insofern ist das ja schon auch eine also um der These dieser Passivität ein bisschen zu widersprechen also mir scheint ja schon das Besondere an diesem jungen Mädchen um nicht von einer jungen Frau zu sprechen ist ja dass sie tatsächlich im Gegenteil zu den weißen Männern abgesehen vom Pfarrer diese rassistischen Vorurteile überhaupt nicht teilt und das macht sie zu einer unheimlich starken Figur die natürlich auch eine Hoffnungsträgerin ist stelle ich mir vor eben weil sie keine Bildung gehabt hatte also man muss den Rassismus lernen eigentlich das ist nichts Inherentes das hat sie nicht gelernt die insulare Jugend hat sie davor bewahrt rassistisch zu werden und das ist natürlich die starke Akkulturationsthese ich muss kurz nachfragen Passivität nein ich weiß nicht irgendwie kam es kurz also vielleicht hast du vorhin gesagt dass sie sozusagen sie ist völlig oder vielleicht haben sie das gesagt sie trägt nichts bei zur Handlung es passieren die Dinge ohne dass sie irgendwas dazu tun kann und dem würde ich einfach ein Stück weit widersprechen sie hat eine kompetenz die den männern total abgeht und diese zwei typen der schwarze der weiße beide spielen sie musik reden können sie trotzdem nicht miteinander und sie kann das und sie nimmt auf die initiative in der handlung eigentlich also sie gleichzeitig gibt das besser damit er befreit werden kann aber das interessante ist dass sie sich nie strategisch verhält es gibt ganz viele situationen wo sie lügen könnte um jemanden zu schützen sie könnte sagen er ist jetzt nicht da aber sie sagt immer doch doch der ist da oder als miller zurück kommt und und der mit dem gewehr und dem ganzen proviant und allem weg gegangen ist und sagt sie da war ein typ da der hat ein gewehr mit genommen und das benzin und da weiß man schon klar der geht jetzt hin und versucht ihn zu jagen und so und die verhält sich nie strategisch das ist wirklich interessant aber sie gibt ihm dann auch das Messer in diesem Sinne ist immer ein Medium oder ein Passeur und in gewisser Weise auch jung im Sinne von unschuldig naiv aber eben auch nicht verbildet um es mal so zu sagen nicht zum Rassismus verbildet die Akzente sind erstaunlich für einen Regisseur dessen Muttersprache nicht Englisch ist ich meine es ist nachsynchronisiert aber das ist in den Sprachmasken die die Figuren haben ist das schon sehr genau und besser als den Southerners muss man auch sagen aber er war Texaner eigentlich von Geburt nicht Bünuel nicht aber der Schauspieler Claudio Brück die große Ausnahme aber ich finde auch seine Rigidität also sein hölzernes Spiel sehr passend eigentlich für die Rolle und dann ja der Sprachduktus von Bernie Hamilton also diese also diese das ist auch eine also die Sprache des nördlichen Schwarzen sehr sehr genau ja ich habe während des Vortrags die Frage gestellt ob es sexuelle Begierde für Erwie von der Seite von Trave gibt ich wollte die Eindrücke des Publikums bekommen also ist ihr Verhältnis also das war nicht manifestiert aber mindestens gibt es Begierde aber es gibt doch nur diesen kurzen Moment wo sie aus der Dusche kommt sozusagen wo dann auch wieder der Gaze kommt und nicht mehr der Glanz ist aber er als der Schwarze ist der kultivierte Mensch hier und so spricht er auch er hat den Sound drauf sozusagen und er sagt das auch explizit nicht nur die Geschichte mit dem White Trash das ist ja sozusagen dann also Literalness sondern er zeigt es ja auch wie er sprechen kann er kann Dinge übersetzen die diese Halbwilden dort auf der Insel nicht übersetzen könnten er kann anders sprechen er kann also er ist jemand der weltläufig ist und er ist sozusagen natürlich die Kultur und das würde ich auch nochmal sagen also diese ganze Tonspur ist insofern interessant als auch der Anfang wir wissen wir wissen durch den Anfang dass er wahrscheinlich gar nichts getan hat und aus dem Aufkommen die Stimmen er war schuldig lünscht ihn und so weiter und so fort das ist das was du als Sound drin hast das ist die Sprache der Gewalt die du hörst wenn du als schwarz im Süden zu dem Zeitpunkt und auch heute noch aufwächst ja und das fand ich halt nochmal einen sehr wichtigen Punkt dass diese Tonspur auch nochmal sehr unterscheidet also Zachary Scott was er spricht das ist nicht der Southern Slang den du sprichst da unten in Louisiana oder irgendwo sondern das ist eher so dieses komische Texas Südstaaten Englisch Amerikanisch das ist auch Hölzern vom Sprechen her das hat überhaupt gar keine Musik und er kann ja auch nicht gut Gitarre spielen und so weiter und so fort ja das ist ja die Differenz und der Höhepunkt der Tonspur aus meiner Sicht ist natürlich genau der dass wenn Trevor das Klarinett spielt passiert die Gewalt ja und das ist natürlich genau der Mythos den es auch teilweise gibt das ist auch ein Film gegen Musicals ja also in Amerika Musicals die große Versöhnung ja alle tanzen zusammen alle singen zusammen alle rasten bla 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 arm reich das passiert natürlich gar das ist nicht wahr das ist eine demaskierung ja das ist interessant und widersprüche also erstens die Duschszene das ist auch der Moment der Fußfetisch bei Bruno was wir ständig bei ihm sehen und was er auch nicht vermieden hat hier aber also was Trevor von Miller und den anderen unterscheidet ist dass er also hat diese Begida aber kann sie kontrollieren aber aus dem sehr konkreten Grund das ist sehr gefährlich für ihn die Begida nicht zu kontrollieren und das sieht man in zwei Szenen nicht nur mit Evie sondern auch dann später am Ende mit Jackson als er Jackson töten will aber hat die Selbstkontrolle zu sagen nein das ist eigentlich zu gefährlich für mich in dieser Situation Ja ich würde es vielleicht nochmal zuspitzen zum einen auch der Punkt über die Musik scheint mir sehr richtig und zutreffend zu sein also erstens mal der nur die diegetische Musik hat es gibt ganz viele Szenen mit Ausnahme vom Vorspann und Vorspann und Abspann aber da gibt es zum Beispiel die die Szene wo er ihn jagt und er dann auf diesem Nachen davon diesem Kanu davon rudert man hört geradezu wie das in einem herkömmlichen Hollywood Film vertont geworden wäre und es gibt die exo diägetische Musik ist einfach völlig abwesend was natürlich seinem Klarinettenspiel und dem hilflosen Gitarrenspiel eine besondere Bedeutung gibt und dann also die Idee des Anti-Musicals finde ich insofern völlig überzeugend weil es auch in der Dramaturgie angelegt ist bei dieser Szene wo er dann das zweite Mal Klarinette spielt dass man eigentlich erwartet dass sie sich versöhnen über das gemeinsame Musizieren also man denkt er holt jetzt die Gitarre und dann spielen sie zusammen und so weiter er holt eine Handgranate raus er lässt das explodieren das ist ein total dadaistischer Moment wirklich mit einer Bombe gegen die Kunst das ist schon alles sehr genau durchdaucht und bei der Duschszene würde ich sagen das ist wirklich eine ganz raffinierte Zuschreibung von Selbstkontrolle und Rationalität und Anstand an die männliche schwarze Hauptfigur weil das ist eine Szene bei der die Zuschauerin der Zuschauer in die Voyeur-Position klar versetzt wird also es wird gesagt wir wissen alle dass ihr sehen wollt wie sie darunter wir teilen diesen Blick er steht so nahe dran dass er den Blick nur senken müsste und er würde alles sehen aber er schaut sie geradeaus immer in die Augen an er schaut ihm nicht runter aber er steht nahe genug um ihren Körper zu sehen und das ist alles wie das was ich vorhin gesagt habe und ich habe gleich Lust den Film nochmal zu schauen es wird jetzt leider noch zum dreist tut mir leid genau unter diesem Gesichtspunkt der Perspektivierung der Komposition nochmal anzuschauen diese zahlreichen Einstellungen wo die beiden White Trash Guys einfach gerahmt und haftbar gemacht werden für das was sie sind und was sie erzählen und die Subjektivitäten der Betroffenen nur implizit mit konzipiert werden und das nicht melodramatisch aufgearbeitet und gewissmassen fast schon affektiv pornografisch gezeigt wird schau mal der arme Schwarze was er sich erleiden muss das ist implizit gemacht das ist sowas von subtil gearbeitet das finde ich schon sehr interessant und es wird darüber und über diese Duschszene wird er als der kontrollierte rationale intellektuell überliegende im ganzen Figurenkonstrukt eingeführt und in diesem Sinne ist das auch eine Subversion des White Saver Narratives er ist sehr viel klüger als der Pfarrer aber es hilft ihm nichts in dieser Konstellation ja aber ja ich finde also diese diese konstante diesen konstanten verbalen Streit zwischen Nigger und White Trash sehr interessant auch weil er dann auch eine gewisse Überlegenheit den Weißen gegenüber führt weil er vom Norden kommt er lebt in einer Stadt vermutlich lebt in einer modernen Welt und sie sind noch in dieser Urwelt geblieben und wir sehen eigentlich die drastische Armut in der die weißen Figuren leben noch das ist auch eine starke Seite des Films also es gibt es gibt Momente wo er sich eigentlich überlegen fühlt den Weißen gegenüber was die Macht betrifft gar nicht also auch wenn er ein Gewehr hat hat er gesagt das macht uns jetzt gleich also im besten Fall aber was die Bildung was die Modernität betrifft ist er in einer deutlich besseren Position er kriegt ja auch sein Boot immer wieder geflebt ja das ist richtig ja Laura können das zerballen so viel sie wollen er kriegt es immer wieder dicht gemacht erstaunlich für einen Bewohner der Stadt das zu machen oder das machen ja ein Veteran des Italien Weltzugs bitte ja ich wollte eigentlich kurz was zum Brot sagen eigentlich ich sehe du hast gesagt diesen Film ist nicht Bunyalsk aber ich sehe so einen Aspekt der diesen Film mit anderen Filmen von Bunyals verbindet sozusagen und zwar so einen Versuch irgendwas zu machen oder zu schaffen und Aspekte kommen und er schafft das nicht in diesem Fall aus der Insel wegzufahren mit dem Boot in The Exterminating Angel ist ein Versuch aus dieser Wohnung zu kommen und in The Great Charm of the Bull Jersey ein Versuch ganz konkret was zu essen und die Figuren schaffen das nicht würdest du sagen vielleicht sehe ich das so zu viel aber siehst du das auch hier das natürlich so mit einem ganz konkreten Storyline verbunden hier so wenn nicht abstrakt wie in anderen Filmen aber würdest sagen das ist auch so in Aspekt von Bunyual und wenn ja so was ja auf jeden fall und diese insel ist eigentlich eine sehr geschlossene welt wir sehen eigentlich nur fünf menschen im ganzen film das ist eigentlich also in einem sinne sehr abstrakt sehr also an sich geschlossen also ich finde das ist ein sehr guten punkt eigentlich also dramaturgisch ist ein weak law klar und und das ist eine grundform des existenzialistischen und absurden theaters und da können wir schon sicher sein dass Bunyual weiss wer UNESCO ist und den ganzen Sachen mitgenommen hat und so also die Vorlage muss ihn sicher auch deswegen interessiert haben und dieses nicht wegkommen die Absurdität des eigenen Handelns das immer wieder flicken des Bootes das ist da schon drin in diesem Sinne ist ein sehr existenzialistischer Film auch und auch die Szene wo er vom Mob entflieht spürt nur eigentlich in seinem Kopf und man sieht die auch nicht man hört sie ich glaube das ist wichtig also ich würde vielleicht etwas kontrovers sagen aber ich interessant auf jeden Fall dass er sich verunschuldig erklärt dem Fahrer gegenüber und er glaubt ihm sofort weil diese Frau einen so schlechten Ruf hat aus Schlamper kann man sagen also die Mitteilung des Films ist nicht believe women und wir wissen eigentlich nicht also wir sehen nichts von von diesem bereignet also man kann eigentlich es gibt keinen beweis dass er eigentlich unschuldig ist doch sie hat dem Fahrer auch zu verführen versucht das sagt er relativ deutlich der Fahrer hat einfach nur gesagt diese Frau hat jemand anderen angeklagt einen einen also es gibt nicht dass er nicht dass sie das gibt schon eine andeitung auf jeden fall ist das ein Grund diese Frau nicht zu glauben also ohne Evidenz ohne Beweis ich sage nur das ist eine kontroverse Hypothese es gibt aber es gibt keinen Grund im Film Travert zu glauben eigentlich und diese Frau nicht zu glauben anzunehmen dass sie eigentlich nur lügt doch die Duschszene ok die Duschszene das zeigt dass er nicht davon fähig ist dass er nicht unkontrolliert dass er nicht unkontrolliert liegt die hat in der Beweisführung eine total wichtige Rolle ja in dieser Situation der Miller kann sich nicht zurückhalten obwohl er weiss dass er nicht gewollt wird und die Evie interessiert sich ja ein bisschen für den Trevor aber er lässt sich überhaupt nicht auf sie ein aus unterschiedlichen Gründen aber es ist völlig klar dass er jemand ist der in einer solchen Situation auch weil er weiss dass das für einen schwarzen Mann den sofortigen Tod bedeuten kann sich da eben unter Kontrolle hat und und das macht es dann plausibel dass in dieser anderen Situation wo die stark alkoholisierte ältere Dame ihn zu verführen versuchte er dann sagt lieber nicht danke und ja aber wenn jemand von einer Vergewaltigung angeklagt wird und seine Ausrede ist sie ist hässlich und out und betrunken sollten wir ihnen glauben er sagt es ist ja nicht verführbar wäre aber er sagt dann auch implizit als schwarzer Mann weiss ich was das für eine Situation ist es wäre nicht lebensklug da rein zu gehen er hat keinen Beweis das ist so aber die Dame hat eine Reputation und die das ist das Problem ich denke jetzt mal deinen Gedanken weiter du fragst dich ob das ein misogynes Argument ist das gibt aber die Ivi nicht her und das ist auch keine einfache heiligen figur also das ist nicht die klassische dichotomie von Hure und Heiliger die hier ausgespielt wird das viel komplexer zu sein dafür ist die Ivi eine zu viel schichtige figur ja bitte ich habe noch einen punkt den das vielleicht auch ein bisschen stützt Björn wir reißen gerade die 23 und vorspielen ab den neun jahren wenn Energie gesprach das hättest du aus Haugen so ja ganz kurz also was du nicht gesagt hattest aber vielleicht wolltest es nicht spoilern der Film ist ja auch eine anti Robinson Nade also das ist natürlich ein Film gegen die Robinson Crusoe Erzählung hat mich erinnert so ein bisschen an Jack Golds Robinson Crusoe Verfilmung wo ja auch Freitag der Barbar ja und man könnte dann auch sagen unsere Zivilisation ist natürlich die wahre Barbarei in der wir leben ja Ausbeutungsverhältnis Kapitalismus bla 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 und das ist ein bisschen eigentlich auch sehr schön in dem Film gezeigt aber halt nicht sozusagen für das amerikanische Publikum zu deutlich gemacht glaube ich das ist eigentlich auch sehr subtil eigentlich nicht so der Stil von Bruno Juell würde ich sagen glaube da hat er sich gut beraten mit seinem Dramaturgen dass er das nicht zu deutlich gemacht hat weil das ist natürlich auch eine Amerika Kritik das ist der nächste Schritt beziehungsweise die Eroberung der Amerikas durch die Europäer die europäische Expansion das ist genau das eigentlich was in dem Film auch sehr schön gezeigt wird und deshalb würde ich das auch stützen also das ist nicht diese an also dass das keine misogynen Argumente sind die er vorbringt er ist wirklich der kulturträger und diese Diskussion zwischen was weiß ich Hans Peter Dürr und Elias und so weiter über Zivilisation etc. zeigen das auch sehr schön Verständnisse von das europäische Verständnis über das Sexualleben der Wilden wie es immer genannt worden ist ich meine das ist natürlich absurd alles das nur so nebenbei ich meine man könnte auch noch an Michel Tournier Wondre die Roman Denken der später ist Buch das Deleuze sehr geliebt hat aber dieses gewissemassen Aufgehen in der Natur das hier über die Frauenfigur erzählt wird bis zum Auftauchen von Freitag das zentrale Motiv und dann ist Freitag in der Tat auch der organisierte und rationale Spielerin im Feld ich meine ich bin jetzt wirklich echt total fasziniert von diesem Film das muss ich sagen und einen Aufsatz den man darüber schreiben könnte ist wie der Film The film tries to pass as American also ein mexikanisch produzierter Film der auf ganz verschiedenen Ebenen versucht sich als amerikanischer Film auszugeben und gleichzeitig Dinge tut die ein amerikanischer Film nie tun würde oder nicht in dieser Genauigkeit und Subtilität tun würde und der Vergleich von The Southerner französischer Regisseur dreht eine Geschichte über den amerikanischen Süden mit diesem Film wäre auch unter diesem Gesichtspunkt nochmal interessant zu schauen und dann könnte man sich auch Flannery O'Connor nochmal anschauen und die anderen Filme die du genannt hast das hat hier schon eine Raffinesse und Schärfe in der Art und Weise wie diese Themen verhandelt werden die finde ich wirklich wirklich bemerkenswert also wie gesagt wir gehen jetzt alle nach Hause und wir schauen uns den Film gleich nochmal an nächste Woche haben wir Nicole Candiola die sprechen wird schon zu La Wallate die Milchstraße also alle sind willkommen schon nächste Woche der Film läuft auch nochmal am Samstag jetzt der Young One die Wiederholung und ich wollte vielleicht noch die Kamera quasi loben ich hatte den Film auf DVD gesehen aber da hatte er gar nicht diese Tiefe ich war sehr beeindruckt von der Kopie auch ich habe bisher nur auf YouTuber geschaut und ich glaube der Kameramann ist Gabriel Figaro der auch mit Emilio Fernandez viel zusammengearbeitet hat und es total spannend wie er diese Tiefe da rein bringt in so eigentlich sehr konventionelle in so einer Hütte quasi sehen das fand ich sehr beeindruckend im Kino auch noch mal zu sehen auch genau manchmal das Mädchen im Vordergrund die beiden Männerfiguren im Hintergrund was da ausgemacht wird über die Komposition und tolle Kopie das ist eben das Schöne und diesem Format hier das dann plötzlich eine wunderbar restaurierte DCP auftaucht und man den Film wirklich so sieht wie vielleicht niemand seit 60 Jahren da bin ich nicht gerade eine Filmkopie sogar eine gut sehr sehr gut ich finde immer die Filmkopien schöner aus diese glatten DCP aber gut bis nächste Woche wir kommen jetzt im Filmmuseum auch in diesem Jahr schon entgegen hören jetzt auf vielen Dank schönen Abend wir sehen uns nächste Woche bis dahin